Und willkommen zurück in Assassin's Creed Leute, willkommen zurück im olympischen Dorf, Heiligtum von Olympia. Wir sollen an den olympischen Spielen teilnehmen und dann werden wir nochmal schauen, ob wir hier irgendwelche Wettkämpfe machen müssen. Wie versprochen machen wir natürlich jetzt heute mit der Hauptstory weiter. Ich hoffe mal, dass uns jetzt nichts dazwischen kommt. Ich schaue nochmal auf die Karre, wo es denn hier weitergeht. Das müsste hier sein. Die Fragezeichen sind abgefrühstückt, also können wir hier schon weitermachen. So, markiert ist es, Bildmachgerät ist an, dann würde ich sagen, let's go. Und ich hoffe, dass wir keine Pferderinnen machen müssen. Wie ich es rausgehört habe, gibt es hier keine Pferderinnen, die sind anscheinend schon vorbei. Gott sei Dank, ich habe keinen Bock auf Pferderinnen. Das hat mir schon in Origins nicht so gefallen. Wie ich es gefällt, okay. In meinem Fall war es nicht so. Aber es muss einem ja nicht alles gefallen. Wir sind hier los, die brennen alle. Gut. Alter, wir sind hier los. So, hier schaut es aus wie eine Arena. Ich komme wegen des Pankrations. Das muss ein Scherz sein. Uns fehlt nur noch ein Kämpfer, und zwar Testiklässe. Der ist von Heim gefressen worden. Ich bin Testikläs. Du bist Testikläs? Derselbe Testikläs, mit dem ich letztes Jahr trinken war? Der meiner Frau Avancen machte? Und meinem Bruder? Meine neue Ernährung hat mich verändert. Offensichtlich. Die Leute wollen ein Spektakel. Ich gebe ihnen eins. Das kam noch nie vor. Doch die Menge würde toben, wenn das Pankration abgesackt wird. Nun gut. Die Wettkämpfe beginnen in Kürze. Also los. Die Wettkämpfe in Kürze. Willkommen. Mit Freude darf ich euch Kalias vorstellen. Ein ehemaliger Sieger in diesem Stadion. Und nun ein hochgeschätzter Kampfrichter hier in Olympia. Es ist mir eine Ehre, dieses Ereignis anzukündigen. Verschwenden wir keine Zeit. Das Pankration. Ich halte keine lange Rede. Denn wir wollen alle einen Kampf sehen. Bei Zeus. Lasst den Wettkampf beginnen. Ich zerquetsch dich wie einen Käfer. Grüß Hades von mir. Das wird einfach. Das ist gewalt. Das tut weh. Das war eine lange Strecken. War das schon alle? Das war gerade erst der Anfang. Was? Nun, da unsere Herausforderin aufgewärmt ist, wollen wir mal sehen, wie sie sich gegen Erastus schlägt. Die sieht genauso aus. Viel Glück. Auf einmal hörst du ganz kleinlaut. Was? Das ziehst du Sterne. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Zacker Böten. Das ist so. Zacker Böten. Zacker Böten. gegen den amtierenden Meister Dorieus Ja, jetzt Was ist denn los? Ich werde es machen, Mädchen Erstaunlich! Bald könnte ich der Gefährte einer Olympiasiegerin sein Du bist in besserer Verfassung, als ich es bin Obwohl, wenn Sokrates ein bisschen gewillter wäre Alchibianes, geht es dir gut? Ich war aus mit Demopharnes und Kallias Den bekannten olympischen Kampfrichtern Zu viel billiger Wein? Hast du aus Medeas Becher getrunken? Medeas Becher? Glaubst du, er wurde vergiftet? Wenn du vergiftet wurdest, muss ich den Kampfrichter finden Vergiftet? Meinst du, das wurden sie auch, oder? Nein, niemals Es sind gute Männer Du glaubst doch wohl nicht, dass einer von ihnen Sie veranstalten bei allen Spielen ein Fest Um die heilige Waffenruhe zu feiern Bleib bei ihm Ich gehe der Sache auf den Grund Reiche mir den Olivenzweig Und ich nehme den ganzen Wald Alles klar Na dann Haben wir einen Kultisti Da hast du einen Kultisti Und werde den gleich mal snacken Den dürfen aber gar nicht angreifen, oder? Den dürfen aber gar nicht angreifen, oder? Warte mal. Oh, den wird doch nicht angreifen. Was sind die denn für eine Stufe? 37? Oh. Die sind 46er Söldner. Es wäre natürlich schlecht, wenn ich den jetzt angreife, weil der Söldner mich komplett wegballert. Ich werde den mal verfolgen. Weißt du was? Wir speichern jetzt mal. Ich werde den Söldner! Ich werde den Söldner! Ich werde den Söldner! Du fährst direkt in die Unterwelt. Wir bezahlen gleich das Kopfgeld? Ja, ich habe das Kopfgeld. Griechenland wurde endlich befreit von dir. Oh, ja, baby. 37er Sandaletten. Okay, dann machen wir gleich hier weiter. Sehr schön. Sprich mit dem Bankettteilnehmer. Ich hätte bestimmt mal ein Gegenmittel oder sowas finden müssen dann. Das war definitiv Gift. Und Alkibiades war nicht das einzige Opfer. Finde hier raus, was mit Alkibiades geschehen ist. Ich hoffe mal, dass er nicht stirbt. Gibt es irgendeinen Saboteur oder sowas? Okay, wir müssen hier rein auf jeden Fall. Okay, komm ich hier nicht rein oder was? Okay, wo geht es hier rein? Das Essen riecht komisch. Aber nicht verdorben. Das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Gift. Jemand hat es ins Essen und den Wein gemischt. Ein Speiseplan für die Feier. Und der Name des Händlers. Statten wir diesem Priam einen Besuch ab. Und jetzt werden wir uns mal unterhalten. Bitte. Bitte. Ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Und jetzt tust du, was ich dir sage. Bitte. Ich dachte, wir machen sie nur etwas langsamer, weißt du. Damit sie verlieren. Ein paar Drachmen gewinnen. Mein Freund Alkibiades könnte bereits tot sein. Und du redest von Drachmen. Der Goldjunge. Ich war dort. Er hat nicht viel genommen. Wenn du ihm das Gegengift verabreichst, überlebt er. Sag mir, wo es ist. Bestimmt findest du es bei der Festung Koroibos. Ein Mann von dort bezahlte mich. Such da. Ich kümmere mich um den Schuldigen. Aber zuerst um dich. Magiere dich rauf. Wie schnell ist denn der? Will der mich verarschen? Wie schnell ist das? Was ist das? Nördlichen Teil des Tals von Olympia. Okay, Tal von Olympia, nördlicher Teil, das ist hier oben irgendwo. Das sieht aus wie eine Festung. Okay, lass uns mal dorthin reiten. Ich fette mal außen rum. Und bleibe ich durch die Stadt. Oder zumindest nicht so viel durch die Stadt. Jetzt gibt man ein bisschen Gasgas an, wo er kommt. Ich verstehe nicht, warum die ab und zu mal langsam rettet und dann wieder schnell. Jetzt, jetzt auf einmal geht's da schnell. Wahrscheinlich, wenn man in irgendeinem Gebiet drin ist oder so, dass es dann halt nicht schneller geht. Okay, warum muss ich nicht alles kapieren. Festung, die sieht jetzt nicht so groß aus. Ich hoffe mal, die ist nicht so riesengroß. Das muss das Gegengift sein. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Schau, dass ich nur schnell das Gift snacken kann. Das Gegengift. Das scheint irgendwo da drin zu sein. Oh, jetzt ist wieder keine Luke. Oh, Alter, warum wird denn hier noch? Das ist doch scheiße. Oh, Alter! Jaaah! Jaaah! Los! Nicht schön, aber egal. Also wir haben jetzt die Quest hier. Ich hab jetzt keinen Bock auf diese Festung. Ist halt ein bisschen so... Der Wiederspielwert ist halt einfach... Finde ich jetzt nicht so hoch. Die Festungen eigentlich immer das gleiche sind. Und naja. So, wenn ich ein bisschen vom Weg abkomme, aber ich muss hier die Dinger mitnehmen. Die brauchen Holz. Ich wollte mal schnell schauen. Äh, Inventar. Wenn wir jetzt hier nochmal ein episches Teil landen, kriegen wir dann... Kriegen wir dann hier irgendwie... Wenn wir alles episch haben. Hier gibt's nichts episches. Ich bin jetzt komplett episch, aber... ... Okay, das geht anscheinend nicht. Ich hab eigentlich gedacht, dass wir dann vielleicht ein Trophy oder so kriegen. Schwer, nehmen wir das hier. Und hier nehmen wir... Das da. Dann, glaub ich, war das hier noch. 37... Was hatten wir denn da? Das 36er Teil. Kopfmäßig. Ah, ich muss upgraden leider. Das hilft nicht. 37... 37... Okay. So muss es gewesen sein. Ähm... Okay. Okay... Oh. Oh. Oh, oh. Was ist denn da? Hier, ich hab' das Gegengift. Ach, mehr Wein bitte, um den Geschmack wegzuspülen. Hippokrates wäre beeindruckt. Ich spüre schon, wie meine Kräfte zurückkommen. Oh Gott. Steht nicht noch ein letzter Kampf im Pankration aus? Gehen wir. Okay, wir machen den letzten Kampf. Ich hoffe, dass die auch so gut verläuft wie die anderen. Ah, schaut schon cool aus über den Berg. So, letzter Kampf hoffe ich mal. Wollen wir nur fünf Quests davor erledigen? Dein nächster Gegner ist Dorieus. Er behauptet, er stamme von Herakles persönlich ab. Ich bin bereit. Hast du je gegen einen Olympiasieger gekämpft? Nein, aber ich bin bereit. Tja, du siehst nicht so aus. Du bist ja nicht mal eingeölt um Zeus' Willen. Ich habe doch Öl. Es könnte nützlich sein und es roch so gut. Ich nehme es. Wir können jetzt Olympiasieger werden, Leute. Oh. Hm, du riechst besser als das letzte Mal. Bringen wir es hinter uns. Die üdige Christentra. Wir sahen, wie aus einer Unbekannten eine Herausforderin wurde. Und nun sehen wir, wie sie sich gegen den amtierenden Meister schlägt. Dorieus. So ein Fleischberg. Grat it! Die würde mir ein One-Hit geben wahrscheinlich. Für eurem! Ich zerteite dich, werde Käfer! Ja mach, komm. Wenn du weiterleben willst, musst du dich ein bisschen anstrengen. Gewonnen! Nike! Nike? Nike! Die Marke Nike ist erfunden. Nichts, du im Pokal oder was? Die Götter waren gnädig zu ihnen, unseren Helden. Doch es kann nur ein Siegel geben. Sparta! Dir gebührt ewiger Ruhm. Geilo! Auf Goldkurs. Trophäe erhalten. Die Götter sind in der Nähe. Die Götter sind in der Nähe. Die Götter sind in der Nähe. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal. Erstmal schiffmäßig. Hier können wir auf jeden Fall was machen. Was sehen wir da? Griechische Athleten. Griechische Athletinnen. Immer die hier. So. Kultisten. Haben wir einen Hinweis bekommen oder so? Hier ist was. Ich speichere mal ab. Okay und ich finde noch zwei Hinweise für den. Söldner interessiert mich jetzt nicht. Inventar. Wir haben hier was bekommen. Aber ich will es ungern wegtun. Ist zwar ein bisschen besser. Ah komm. Wir nehmen es jetzt mal. Wir können immer noch aufstufen. So. Und schauen wir doch mal in die Quests rein. Und zwar Odyssee. Töten oder nicht töten. Sie sind in Akkadien. Spartanische Polemachen. Verbesseren Speer. Okay. Da fehlen uns noch drei. Können wir da auch weiter machen. Ich würde sagen. Wir machen hier weiter. Töten oder? Triff dich mit Myrine und Prasidas. Sie sind in Akkadien. Sie sind an der Grenze zwischen dem Schmugglerwald und den goldenen Feldern. Töten. Sie sind beim Bildnis der Artemis in der Cedar. So. Und schauen wir doch gleich mal auf die Karte. Akkadien ist ja hier oben. Oh ne. Hier unten war Akkadien. Bildnis der Cedar. Akkadien. Das müsste hier irgendwo sein. Sind an der Grenze zwischen dem Schmugglerwald und den goldenen Federn. Kränzes Schmugglerwald. Goldene Feder. Goldene Feder. Goldene Feder. Ah hier. Also muss es hier irgendwo sein. Wir werden jetzt hier mal eine Markierung setzen. Und werden uns überlegen. Wir holen uns erstmal noch den Aussichtspunkt. Dann gehen wir hier rüber. Porten wir hier rüber. Und gehen dann gleich mal hier her. Den Aussichtspunkt wollte ich schon noch mitnehmen. Hier oben ist auch noch eine Quest. Die Rheumatischen Eber. Meine Fresse. Okay. Das sind so die Tierquests. Die können wir eigentlich später machen. Jetzt haben wir uns erstmal den Aussichtspunkt noch. Die Aussichtspunkte will ich so viele wie es möglich ist. Alle mitnehmen. Weil Ikoros dann auch ein bisschen stärker wird. Und wir natürlich unsere Portpunkte haben. Wir müssen hier mal aus der Stadt rauskommen. Das ist der Wahnsinn. lokalisch. Wir müssen hier mal aus der Stadt rauskommen. Und los geht's. Los! Los! Okay, dann haben wir das auch. So, wie gesagt, wir porten jetzt... Wo war das jetzt nochmal? Goldene Feder. Und Schmugglerwald. Also muss es hier irgendwo sein. Wir könnten jetzt rein theoretisch hierher porten. Und schauen, ob wir das Video erledigen können. Ich glaube, das war auch so 36, 37. Und dann halt hier runtergehen. Das machen wir jetzt auch. Wir machen uns aber erst noch gleich eine Markierung her. Dann haben wir das schon mal. Genau. Well, da bekommen nämlich so Fälle und ich glaube, da bekommt man auch sehr gute Rüstung dann, wenn man so ein Vieh erledigt hat. Die dauern halt immer bloß ein bisschen die Kämpfe. Also. Vielen Dank. Ich glaube, da war 5 oder 6 Level über uns. Und so ein legendäres Tier ist schon sehr, sehr schwierig. Wenn es so hoch ist, dann hat man schon teilweise Probleme, wenn man Level drunter ist. So, da oben ist es. Aber hier können wir schauen, haben wir hier einen Schmied? Dann könnte man gleich mal Zeug verkaufen. Hier war doch ein Schmied irgendwo. Irgendwo war hier ein Schmied. Ah, der ist da oben. Okay, ist eigentlich egal. Dann gehen wir halt von hier aus hoch. Gehen wir erstmal schnell zum Schmied. Dann können wir vielleicht schauen, ob wir nicht gleich unsere Ausrüstung verbessern. Wobei ich nicht weiß, was wir dann, wenn wir den komischen Eber oder was das dann ist, erledigen, was wir halt dann für Ausrüstung wieder bekommen. Ja, wo könnte ich dann, hätte dann wahrscheinlich meine ganzen Mats verballert. Aber wir können ja auch wieder Waffen und so verkaufen. Also, wir können ja mal schauen, ob wir das jetzt erst mal verkaufen, also für den hier. Ne, wollen wir mal schauen jetzt. Wir verkaufen jetzt erstmal. So, reden. Was darf ich dir zeigen? Wir verkaufen, einmal bitte alle Handelsgüter, 2060. So, und dann würde ich sagen, verkaufen wir mal hier ein bisschen was. So, okay, das andere lassen wir erstmal. Würde ich dann gerne, wenn uns noch was fehlt, dass wir dann noch ein bisschen Mats rausbekommen. So. Wir verbessern bitte einmal. Wir verbessern bitte einmal diesen Helm. 633. Meine Fress, ist das teuer. Heftig. 822. Das ist ja komplett pleite, ey. Wir verbessern mal den... Obwohl, wir könnten eigentlich eher... Aber wenn wir den auf 1084 sind, ist eigentlich auch nicht so. Kriegerfeuerschaden. Schaden bei Tieren. Das wäre natürlich ein Schaden für gezähmte Tiere. Giftschaden. Giftschaden. Was haben wir hier? 736. 736. 633. Für den Ding wird es wahrscheinlich nicht reichen. Also eins können wir noch verbessern. Ja, okay, für die reicht schon nicht mehr. Dann verbessern wir den Helm. Wohl. Wohl. Gehen wir mal mit Trittischen Treffern. 452. Ah, die können wir nicht verbessern. Warte mal, was haben wir denn hier? Können wir auch nicht verbessern. Ich würde ja gerne die hier haben. Okay, wenn wir... Wir brauchen jetzt noch... Haut. Da kommen wir jetzt den Helm. So, und dann würde ich sagen, wir... Warte mal, was hat denn der noch im Angebot? Hat der irgendwie einen Skin noch für das Pferd? Das kaufen wir jetzt einfach mal, weil ich weiß nicht, ob der einen neuer bekommt. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Fälle. Danke fürs Vorbeischauen. Das heißt, wir zerlegen jetzt... Alles, was wir haben. Okay. Wir zerlegen jetzt mal alles, was wir haben. Also die ausgerüsteten Teile natürlich. Die können wir eh nicht zerlegen. ... ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde dann gerne noch die Rüstung hier verbessern. Ich glaube da brauchen wir 800 oder so. Könnte knapp werden. So, wir haben jetzt hier unten auch noch was. Das müsste eigentlich locker hingehen. So, was haben wir jetzt? So, der hier. Was brauchen wir da? 28. Das reicht. Verbessern wir den. Okay. Gravieren. Brandrate. Okay. Dann. Graviert ist es jetzt noch nicht. Dann schauen wir, ob wir eine Gravur noch reinlegen können. Für das gute Stück. Und zwar hier auswählen. Was haben wir denn? Gesamtrüstungswert. Hauen wir den rein? Sehr schön. Ich glaube es sieht gut aus. So. Okay. Dann müsste es gewesen sein. Wir haben Kohle ohne Ende verballert jetzt. Und nehmen dann bitte einmal in diese Hand unsere 37er. Sehr schön. Okay. Müsste eigentlich geil sein. Gut. So sind wir wieder ein bisschen up to date, würde ich sagen. Und dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt dieses komische, elendige, viel da oben erledigen können. Ich hoffe es war jetzt nicht 45 oder so. Aber dann schaffe ich es nämlich trotzdem nicht. Auch wenn ich jetzt wieder up to date bin. Okay. Jetzt eh nicht mehr viel an. Hätte ich eigentlich noch warten können auch. Bis 38 ist so ein Scheiß. Ein Beispiel. Ach. 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 Okay. Was ist denn da los? Warum habe ich so viel Kopfgeld hier Ding jetzt? Hallo, was ist denn da los? Warum habe ich so viel Kopfgeld jetzt auf mich ausgesetzt? Bist du es auf einen Schlag gekommen? Schauen wir mal, was das für ein Vieh ist. Man sieht es natürlich wieder nicht. Legendares Tier. Oh, das ist der Bär. Alter, schwer. 37, ja? Da müsste machbar sein. Was ist geil wäre, wenn wir den von hier oben den Bogen wegschießen könnten? Ist doch klar, dass es nicht geht. Alter, okay. Alter, schmiede. Alter, schmiede. Ichmane. Koch, dich, schmiede. Ay, schmiede. Muss und erinnern. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.